Und ich weiß, dass er seit ungefähr 14 Tagen, drei Wochen. Aber ich weiß, dass er seit ungefähr 14 Tagen ist, drei Wochen. Wir müssen uns erinnern, warum hat der Herr seinen Jüngern erklärt, was es mit Jüngerschaft auf sich hat. Musimy sobie... Oh, den Jüngern. Wir wollen uns mal erinnern, warum hat der Herr eigentlich mit Jüngern schon so eine große Hemmschwelle vorgelegt? Er hat ihm gesagt, einmal... Es ist ja wichtig, dass wir merken, wir brauchen Jesus als unser Retter. Sonst kriegen wir ewig verloren. Aber Jesus möchte auch unser Herr sein. Also Jesus möchte unser Herr sein. Damit wir einfach merken, welche Folgen das hat, mit ihm zu leben. Und deshalb hat er seine Jünger unterrichtet, was passieren kann. Und das ist eine Geschichte. Und die fängt an in... Oh, sorry. Die fängt an in Nordirland. 1859. Ganz viele Menschen hören das Evangelium. Hören, dass Jesus für sie gestorben ist. Hören, dass er Sünden vergibt. Und dass man das wissen darf. Und für ganz viele Menschen, tausend, aber tausende. Und für viele Menschen, tausend, aber tausende. Veränder sich total das Leben. Die Botschaft kommt nach Wales. Innerhalb von kürzer Zeit überall, die ganze englischsprachige Welt. Unter anderem nach Wales. Und da sind Leute, die sagen, hey, das müssen wir nach Indien bringen. Indien waren englische Soldaten. Und dann fahren Leute nach Indien, nach Assam. Kennt jemand Assam? Spätestens, wenn du mal wieder schwarzen Tee trinkst, dann denke daran, wenn du Assam trinkst. Und ein Mann mit seiner Familie kommt zum Glauben an den Herrn Jezus. Um, we'll turn it back. Und dann, was ist der Name von Englisch? Sing the song. I have decided, thank you. I have decided to follow Jesus in Hindi. Schreibt den Eider. Das gibt es in many languages. Also Arabic and in international. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Er ist der einzige in der ganzen Dorfgemeinschaft. Und dann kommt der Dorfälteste, der zugleich Richter ist. Und dann wird er festgesetzt. Da wird ein Verfahren auf dem Dorfplatz arrangiert. Ein Gerichtsverfahren. Ein Gerichtsverfahren. Und dann sagt er, bist du bereit, das zu widerrufen? Und dann meilt er, Setting an der giveусов zu wollen. Und dann sagt er, nein. Und dann sagt er, nein. Das kann ich nie machen. Das kann ich nie machen. Ich möchte meinem Herrn folgen. Und dann, wenn deine beiden Kinder jetzt, wir töten. Und dann sagt er, die erste Strophe singt er laut. Ich bin entschieden, sofort wie Jesus. Die Verhandlung geht weiter. Und dann haben wir ihn gefragt, bist du bereit zu widerrufen? Du setzt sogar das Leben deiner beiden Kinder auf Spiele. Und dann nehmen wir dir deine Frau, wenn du nicht willst. Vielleicht bist du jetzt vernünftig. Wenn niemand mit mir geht. Ich will doch folgen. Ich will doch folgen. No turning back. Kein Weg zurück. Und dann sagt er, hör mal. Man, merkst du immer noch nichts, worum es hier geht. Wir nehmen dir das Leben jetzt. Und dann sagt er laut, oder singt das laut. Das Kreuz ist vor mir. Der 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 Mann, der ihn vorurteilt, Aus contraste. Kommt wenige Jahre später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Dieses Vogel, diesen des Bruders, hat ihn so beeindruckt, das hat ihn nie mehr losgelassen, dass sein ganzes Leben neu wurde. In der ganzen Region Assam haben sich viele, viele Menschen begleitet, die Glauben an Jesus Christus. Nur weil einer festgehalten hat, gesagt, ich kann nicht zurückgehen. Manchmal sind wir aber nicht so. Oder besser gesagt, wir sind oft nicht so. Ich jedenfalls nicht. Ja, sagen wir manchmal, so wie Lukas 8, was 19. Ich will dir folgen, wenn das und das ist. Wir wollen ihm bestimmte Dinge vorschreiben, bevor wir dir folgen. Ja, wenn Jesus zu folgen heißt eigentlich gleich, direkte, gohörgabe. Aber er will uns nicht traurig machen. Und er will uns nicht traurig machen. Und er will uns nicht traurig machen, sondern wirklich. Der eine reiche, junge Mann, der da kam, zu dem Herrn Jesus, der sagt, er will dir folgen, Herr. Und dem Herrn gibt ihm die Antwort, die Füchsam holen, die Füchsam holen, die Führung des Himmels Nestam. Und dann hat er ihm auch vorgestellt, ich will das kurz vorlesen. von Herrn, Sie wissen. Ich weiß, die Füchsam holen. Dann sagen wir, Herr, du kennst das? Herr, du kennst das? Herr, Sie wissen, was das? Der Füchsam ist. Herr, Sie wissen die enzymes? Dinnen, was wissen Sie? Wenn Sie wissen, was Ihnen zu verhandeln? Der Füchsam is das? Abergäu-Günen. Wo ist das? 10, 17. 10, 17. 10, 17. Ja, danke. 10, 17. Das ist 10, 17. Sie fielte alle Gebote, die in Verbindung stehen mit den Mitmenschen. Er steht hier alle, die in Verbindung stehen mit den Mitmenschen. Er sagt, der Herr Hammer, eins fehlt dir noch. Er sagt, der Herr Hammer, eins fehlt dir noch. Er sagt, mein Wort nach Menschen ist ein Maßstab, du machst du von Menschen vielleicht als ein wirklich treuer Nachfolger. Er, ich sage dir jetzt meine Sorte. Er, Herr Hammer, Herr Hammer, vielleicht vor anderen Leuten, du bist sehr, dass du in Verbindung hast. Er, ich verkaufe alles, was du hast. Er, ich sprach, alles, was du hast. Er, du bist den Abend. Du bist einen Schatz im Himmel haben. Und komm folgen danach. Und er geht diesen Handel nicht ein. Er hat viele Güter. Sein Herz hing an anderen Dingen. Und er hatte nicht den ersten Platz. Wenn ich Vorbehalte habe in der Nachfolge, wenn ich etwas, was mir schlusset, wenn ich mich etwas schlussetze, was mir schlussetze, was mir schlussetze, andere Dinge kommen in meinem Leben rein, erzählen. Er ging traurig weg. Er hatte viele Güter. Er wollte den Preis der Nachfolge nicht auf sich nehmen. Manchmal sehen wir Christen auch traurig. Es mag verschiedene Gründe haben. Aber wir haben wirklich Bereitschaft, ihm ganz zu folgen. Wir überschlagen die Kosten. Kommen in Konfliktsituationen. Und dann zerbrechen wir dabei. Wir schauen zurück. Vielleicht da waren, oh Mann, das war früher ohne Gott. Manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt. Der Herr hat gleich zu Beginn in der Zeit von der Apostel, dass die Leute nicht immer verstehen werden die Nachfolge des Herrn Jesus. Und gleich in der Zeit schon der Apostel, dass die Leute nicht immer verstehen werden die Nachfolge des Herrn Jesus. Und gleich in der Zeit schon der Apostel, gab es die erste Verfolgung. Der Herr hatte seinen Jüngern eigentlich einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ihr sollt das Wort dort jetzt in Auftrag in die Welt. Das kannst du sehr schön nachlesen in der Apostelgeschichte. Aber sie bleiben in Jerusalem. Manchmal braucht Gott dann irgendwelche Dinge, wie diese Verfolgung in Jerusalem. Und sie gehen hinaus. Und dann sind sie dann über Judea, Galiläa bis an das Ende der Erde. Und dann ist das Verfolgung. Samaria bis an das Ende der Erde. Und dann ist der Galiläa bis an das Ende der Erde. Bitte kommen Sie. Schnauern bitte. Schnauern bitte. Schnauern. Wenn dir das jemand sagt, darfst du trotzdem folgen. Wenn jemand mit mir geht, darfst du trotzdem folgen. Selbst bei den Christen nach biblischer Zeit gibt es einen sehr interessanten Brief von einem Mann, der heißt Plinius, der schreibt an Cäsar Traja. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch. Kannst du mal lesen? Kannst du mal lesen? Bitte. Kannst du mal lesen? 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 diese Christen so behauptet, das sind Leute, die glauben in wahnsinnige Dinge. Die mussten eventuell dann, wenn sie am Leben bleiben wollten, die Götter anrufen, der Römer, und sich vor dem Bild von Cäsar verneigen. Das kommt uns sehr bekannt vor. Das ist das Alte Testament. Wo? Daniel. Nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Und so geht es auch heute noch in Nordkorea. Der heutige Machthaber hat einen gottähnlichen Status, den wir als Gott verehrt werden. Dieser heutige Machthaber hat wie einen gottähnlichen Status. Der heutige Machthaber hat einen gottähnlichen Status. Und da gibt es eine Gruppe, die diesem Mann riesige Probleme bereitet. Ich habe eine Dokumentation gesehen im Internet. Ich habe eine Dokumentation gesehen im Internet. Und da war etwas ganz wichtiges verboten, in dieses Land einzuführen. Und da war etwas sehr verabschiedet. Und das hätte ich ihm etwas verabschiedet. Und das hätte ich ihm etwas verabschiedet. Was? 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 Aber in einer ganz bestimmten Form. Das ist interessant. Die Bibel ist verboten. Weil diese Bibel den Leuten eigentlich nicht die Ehre gibt, die sie gerne haben wollen. Diese Ehre gebührt nur einen. Der wirklich Gott ist. Es gibt einen sehr schönen Sticker, gab es früher auf dem Auto. Einen Sticker auf dem Auto. Einen Aufkleber. Viele Menschen wollten Götter sein. Hitler, Stalin, etc. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Der Herr stellt auch zu seinen Jüngern die Konsequenzen der Jüngerschaft vor. Das heißt, ihn selbst aufnehmen. Und das ist interessant, was Lukas sagt dazu. Vorsche, lesen einen. Wer zuerst darf aufschlagen und vorlesen. Das ist ein Paradoxon. Wir wollen gerne unser Leben gewinnen, wenn wir es verlieren. Wenn wir es verlieren, wenn wir es gewinnen. A wenn wir es verlieren, wenn wir es gewinnen. Es gibt viele Paradoxe in der Bibel. Es gibt viele Paradoxe in der Bibel. Kleiner Tipp, mal eine Bibelstudie darüber. Oder ist es, ob es gewinnen. Christus wurde der Reich wahr. Pan, der er begleipt ist. Daher ist es ein Wanderer. Und unser Wiarme. Um uns die Armen reich zu machen. Aby uns die Arme reich zu machen. Aby nas, wieniest, wieniest. Willst du dein Leben gewinnen? Du musst es verlieren, um es zu gewinnen, um es zu gewinnen. Viele von seinen Jüngern gehen weg, als sie das würden, die konsequenzen der Nachfolge des Herrn. Sein Fleisch essen, sein Blut trinken, mit ihm allein beschäftigt sein als Zentrum des Lebens. Er sprach sehr ernst zu seinen Jüngern, aber Petrus ging nicht weg. Warum wohl? Kennt jemand die Geschichte? Ja, wir wollen nicht weggehen. Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben erkannt und geglaubt, dass du der wahrhaftige Gott bist. So, das habe ich schon durch, merkt ihr? Wir werden jetzt immer schneller fertig. Also, wir haben eben schon kurz skizziert. Matthäus, der sein eigenes Evangelium schreibt, beschreibt sich dort, wie er dann den Herrn findet, und wie er angezogen wird von dieser Person und ihm nachfolgt. Wir haben gesehen Philippus, Andreas, Johannes, Jakobus, die ähnlich, alles Leute waren irgendwo im Leben beschäftigt. Wir haben gesehen, dass Andrzeja, Piotra, Philippa, die auch waren in seinem Leben, kommen mit diesem Herrn in Verbindung, hören seine Botschaft, hören die Worte ewigen Lebens, lassen alles, was sie bindet fallen, und folgen ihm nach. Und das ist immer wichtig. Eigentlich die Nachfolge, die Aufforderung zu Nachfolge ist eigentlich ganz einfach. Die Aufforderung zu Nachfolge ist ganz einfach. Gibt das auf, was sie spendet? Wir denken wieder an diesen einen jungen Mann, der aufrichtig mit dem Herrn redet, Markus 10, dem das Wort Gottes schon ernst war, und von dem, wo steht, der Herr sagt, der Jesus liebte ihn. Aber die letzten Konsequenzen hat er geschaut. Jemand hat mal sehr schön geschrieben, der Mann, der alles aufgibt, die Frau, die alles aufgibt, um Christus nachzufolgen, dass eine Frau oder ein Mädchen, der alles aufgibt, der alles aufgibt, ist einfach ein schwerer Typ. Es ist kein schwerer Typ. Es ist kein schwerer Typ. Er ist kein schwerer Typ. Der vielleicht erwartet, von seinem Mitkristin unterstützt zu werden. Der vielleicht erwartet, von seinem Mitkristin unterstützt zu werden. Natürlich nicht. Er weiß, sein Herr ist da. Er ist sparsam und arbeitet für seine Familie. Er ist sparsam, arbeitet für seine Familie und für die Bedürfnisse. Dabei möchte er das Werk Gottes unterstützen. Er schaut voraus. Anstatt auf Reichtum von der Erde, sucht er Schätze im Himmel. Er vertraut Gott in seiner Zukunft. Und möchte in allen Dingen zuerst das Werk Gottes suchen. Und die Gerechtigkeit Gottes. Jemand hat mal gesagt, wie können wir Geld horten in extra fonds, in Kapitalfonds. Geld sparen. Was für die Rettung von Seelen verwendet werden könnte. Zum Beispiel, wenn du deine Berufswahl suchst. Da kommt ein junger Mann. Und er kommt zu einer großen Factory, großen Firma, Fabrik. Und dann hat er einen jungen Mann bei der Besprechung und merkt er gleich, sehr intelligenter junger Mann, sehr zuverlässig, also tolle Papiere. Und dann hat er ihm gesagt, junger Mann, ich nehme dir. Bei uns gibt es richtig 5.000, 6.000 Euro monatlich, mindestens. Ja, er wird mit ihm verwendet. Und dann haben wir uns 5.000, 6.000 Euro. Dafür erwarten wir. Unsere Firma immer zuerst. Aber immer zuerst. Und dann kannst du bei uns super Karriere machen. Das ist auch der Mann. Und dann, was ich euch. Ungeleg mir leid. Ungeleg mir zuerst ist mein Herr Jesus Christus. Ja, verstanden. Quartus, tertius, secundus. Und primus des Christus. Viedemos die Putz, das ist er. Und zweitens ist mein Leben, alsmadhin eine Frau, der hat und meine Frau schon, meine Familie. Das würde ich mit vollem Herzen tun. Der Neumann hat auch eine andere Arbeit bekommen. Aber sie durfte mit vollem Herzen tun. von ihm wird gesagt, war ein misjonar, der ging nach China. Da war kein Mensch in Seele irgendwo von einem anderen Land. Und dann hat er gesagt, Leute, in den Sachen mit Gott, Vertrauen, hat er mal gesagt, bezüglich Geld, dass er genossen hat, den Luxus von wenig zu haben, für das er sorgen musste. Also, dass er genossen hat den Luxus, den Luxus von wenig zu haben, der muss sich verschenken. Also, dass er genossen hat den Luxus, den Luxus von wenig zu haben, der muss sich verschenken. Und wenn man bedenkt, dass das ein Mann war, der hat sich nämlich ein, was, er hat so eine Prüfung sozusagen vor Gott bestanden. Er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in ein fremdes Land gehe, dann musst du mir auch helfen, auch in den ganzen Sachen mit Geld. Und jetzt hatte er noch Geld und ist unterwegs misjonarisch in London. In London. Misjonarisch unterwegs. Kommt eine Familie, Papa, Mama, Papa keine Arbeit, Papa keine Arbeit, dem Mama geht es ganz schlecht. Mama war chora, man hatte von ihm gehört, er möchte dort dienen. ihn eingeladen, er soll kommen mit ihnen beten. Er kommt in die Wohnung. Er sieht das Elend dieser Leute. Er weiß, dass sie riesige Not haben. in seiner Tasche klient das Geld für seine Miete, die er bezahlen muss. Es ist der Monatsende. Und dann sagt er den Leuten was. Bitte vertraut auf Gott. Er wird für euch sorgen. Und bei ihm in der Tasche klient das Geld für die Not der Menschen. Und in ihm schreit eine Stimme, du Heuchler. Wie kannst du denn den Leuten sagen, vertraue auf Gott, wenn du das Geld hast, wo denen geholfen werden könnte. Dann stottert er ein Gebet für sie. Aber die Stimme geht nicht weg. Und er erinnert sich, er hat doch gebeten in den Fragen mit Geld, dass er ihm vertrauen soll. Und er nimmt sein Geld aus der Tasche, was für die Miete war. Und er sagt so leise im Gebet, Herr, jetzt musst du mehr helfen. Und er sagt so leise im Gebet, Herr, jetzt musst du mehr helfen. Und er kommt nach Hause. Und um 10 Uhr, es ist abends, um 10 Uhr abends spät soll die Miete übergeben werden an den Landlord, also an die Vermieter. Sein Chef hat ihm noch nicht sein Gehalt bezahlt. Und er ist schon längst von der Arbeit weg. Und er ist schon längst von der Arbeit weg. Herr, wie soll ich das bezahlen? Es wird kurz vor 10. Er war immer zuverlässig. Und 5 vor 10 knopft es an der Tür. Sein Chef ist gerade in der Nähe. Mir fiel ein, ich hab dir gar nicht Geld gegeben für diesen Monat. Ich hab das hier zusammengestellt hier in den Kurier. Bitte schön. Der Mann geht wieder raus und der Herr hat Grund Gott zu danken. Weil Gott Gebet erhört. Und dann ist er kurz vor 10 bei der Frau oben. Und er kann ihm alles geben. Das ganze Miete. Und noch viel. Wir können Gott in allen Dingen vertrauen. Und wir müssen uns immer bewusst sein, es sollte nicht irgendetwas sein, was mich hindert dabei. Könnt ihr noch? Einmal schon eingeschlafen? Also okay. Ja. Sind wir eigentlich dumm, wenn wir so leben? Und das möchte ich einfach mal euch zitieren, was Jim Elliot sagte. Jim Elliot war einer von 5 jungen Missionaren, die haben ihr Leben verloren, weil sie diesem sagen, ich bin mein Jesus. Und dann sind sie gegangen. Und dann hat er gesagt, in seinem Tagebuch hat er niedergeschrieben. Und dann hat er gesagt, in seinem Tagebuch hat er niedergeschrieben. Was habe ich denn aufzugeben, was ich sowieso nicht behalten kann? Was habe ich denn aufzugeben, was du mir auch gar nicht gehört? Wir sind doch alle nur Bettler vor Gott. David hat einmal in 1. Kronik 29, vers 15 ein sehr interessantes Wort gesagt. David hat Karriere gemacht. Der wurde König. Der hatte viele Frauen, was sicher auch nicht so ganz gut war, was er da gemacht hat. Aber er hat gesagt, Gott, von dir kommt doch alles. Und mit meinen Worten jetzt, was ich dir gebe, ist doch von dir. Meine Fähigkeit, mein Intellekt, mein Geld, mein Auto, ist das für mich oder für den Herrn? Was benutze ich eigentlich alles? Das war den David ganz klar. Ich bin nur Verwalter. Und es gibt auch etwas. Und das finde ich so herrlich in der Jüngerschaft. Wir haben das schon mal gehabt bei Lukas. Wer sein Leben will, wird es verlieren. Wer das verliert und mein Geld will, wird es finden. Wir haben einen Gott, der uns reichlich beschenkt mehr als wir uns vorstellen können. Ich lese das mal vor. Ihr müsst das nicht alles nachlesen. Also wer irgend sein Leben, wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer irgend sein Leben verliert und meinen will, wird es finden. Wer sein Leben verliert, John 12, 25. Wer sein Leben lebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es im ewigen Leben bewahren. Alle evangelisten schreiben davon. Das heißt, es muss offensichtlich... ...kto mühiert sich, dass sie sich in der Welt haben, wie sie sich in der Welt haben, wie sie sich in der Welt haben, und wie sie sich in der Welt haben. Alle sprechen von gleichem. Also muss es eine Wichtigkeit sein, dass der Herr seine Leute belohnt. Das ist ein Wichtiges Wort. Das muss ich fragen. Ja, ich muss ich fragen. Ich muss ich fragen. Ich muss mich mal fragen, wer hat aufgepasst. Wer hat aufgepasst? Ich muss fragen, wer hat aufgepasst. Jetzt schauen, wer werdet. Erste Frage. Das war. Auch eine Frage. Frau Giel, die Leibnachsemaante Frage. Das sind die Wahrscheinlichkeit. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Oh, nein! Nein? Nein. Nein. Brawo. Next. Mamy. Mamy prawo cieszyć się tym, co życia ma to zauberowane tu i teraz. Tak? O nie? Loud? I'm a very old man now. I can't hear your answer. I can't hear, ne? Tak, tak. Tak. Claro. No chcesz party, a gdyż 90, a teraz szybko zrobimy imprezę, jedna za drugą, a i budynę o tym się pracuje. Tak nie może być. Wczoraj opowiadałam o tym w autie. Kiedy robimy ewangelizację, słyszycie czasem od ludzi, którzy tam byli, że nie przeżyli następnego weekendu. i to nie tylko jedyną, nie tylko jedyną, nie tylko jedyną, trzy razy. Nie jesteśmy Pana w naszym życiu. ale znamy Pana, który jest w naszym życiu. Tak? Robocenny. Gdyż On podarwał wszystko za nas. Nie ma to tak malu, to jest to, to jest to, to jest konieczność, abyśmy oddalić wszystko, co posiadamy. Następne pytanie. Tylko bezwarunkowa rezygnacja z samego siebie może być kościwą odpowiedzią kinejką, ofiarą na drogocie. tak? Nie. Tak. Ale to nie tylko z sobą. Tak. So, pamiętamy, pamiętamy, że jest jedna Brzeckm, na Francji, na Francji, na Francji, na Francji, na Francji. Tak. This Brzeckm, Die Brücke hört mitten in dem Strom auf, in dem Brustlust. Die Brücke hört im Fluss auf, mitten lang auf. Die geht nicht über die Brücke, die geht nicht um die andere Seite. Also wenn unser Leben mit Christus so wäre, dass in der Mitte aufhört und alles da elend wäre, das wäre furchtbar. Eine halbe Brücke, habe ich mir mal hingeschrieben hier, ist ein ganzer Unsinn. Und einer der Kirchenväter hat mal gesagt, wahre Freiheit ist gebundenheit an den Willen Gottes. Ich habe mein Leben dem anvertraut, der sein Leben für mich gab. Jetzt wollte ich noch mit euch kurz zum Ende über die Giganten Gottes sprechen. Wenn ich sowas sage, dann sage ich immer, ey, du und ich, wir sollen eigentlich so eine Giganten sein. Keine Sorge, ich finde realistisch genug zu wissen, dass wir keine Riesen sind. Schau, schau mal, welche Leute Gott gebraucht in seinem Volk, in seinem Reich. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele erzählt aus der Kirchengeschichte. Diesen Christen aus Indien, Hudson Taylor, John Wesley, John Darby, könnte viele andere, Riesen eigentlich für uns. Aber Gott braucht einfach ganz kleine Leute, wie ich und mich. Die gerne ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Wir haben zum Anfang drüber nachgedacht, dass eigentlich Thema Jüngerschaft nachfolge ein Thema ist für eine Zeit, wenn vieles nachlässt. Das ist ein guter Thema, für die Zeit, in denen alles duchowo empfiegt. Wenn wir kein geistliches Spackes mehr haben, Kraft, Energie. Wenn wir keine duchowe Kraft mehr haben. Und dass wir dann sagen, ach, lass doch den Zbyshek das machen, der kann das besser. Oder Gregor, der kann das auch alles besser. Ich halte mich zurück, ich mache gar nichts. Also, kein wirklicher Christ will natürlich ein großer, riesen sein, weil die wollen immer klein und geregelt sein vor Gott. Und ich möchte dir eigentlich nur mal, deshalb habe ich das mal aufgelistet. Schau dir mal, welche Leute gerade in dem Buch Richter Gott gebraucht. Und wenn du dann die Namen, die du im Buch Richter findest, in Hebräer 11 wieder findest, in der Hall of Fame, in dieser Galerie der Giganten, habe ich das mal der Glaubenshelden. Dann kann man eigentlich dauern. Ehud war ein Linkshänder. Eigentlich konnte man nicht so gut damit Kämpfe führen. Das war eigentlich eine Schande für die Männer, dass die nicht gebraucht werden konnten. Also, es war eigentlich eine Schande für die Männer, wenn jetzt die Deborah auftren als Richterin. Es war eine Schande für die Männer, dass die Männer eine Schande für die Männer war. Weil die Männer waren nicht so gut. Weil die Männer nicht so gut sind. Normalerweise sagt Gott, die Frau schweig in der Gemeinde. Das bleibt auch so. Aber es gibt Situationen, die hier dann gebraucht durch Jesus kommt. Gideon war der, das Tausend der Gideon, also der Familie von Gideon, waren die Ärmsten. Am wenigsten Einfluss. Und er war der Jüngste in der ganzen Familie. Wen haben wir noch? Ah, Jefta. Jefta steht auch im Hebräer 11. Jefta war der Sohn an der Hure. Und die Brüder wollten mit ihm nichts zu tun, die Brüder von Jefta. Jego Brüder nicht siegeln, die Brüder nichts zu tun haben. Und dann sagt Gott, ich gebrauche den Jefta mal, um mein Volk zu führen. Und Gott sagt, właśnie den Brüder, um mein Volk zu führen. Und die selbstgerechten Brüder gehen leer aus. Und die selbstgerechten Brüder gehen leer aus. Nicht gewollt und nicht geliebt, habe ich mir dazu mal geschrieben. Und jetzt kommt der letzte Simson. Und der Simson soll eigentlich ein Jünger sein. Jünger schafft nie. Samson miał być Uczniem. Weil er ein Nazir war von Gott. Weil er ein Nazir war von Gott. Sein ganzes Leben war sozusagen bereit für Gott. Und liest mal Richter Buch, Kapitel 13 bis 15. Und dann siehst du, was Gott für Leute braucht. Und dann siehst du, was Gott für Leute braucht. Darf ich dir mehr sagen, welche Leute? Leute wie dich und ich. Ludzie, takich jak Ty und ich. Ist das nicht klasse? Ich finde das immer wieder erstaunlich, Freunde. Und deshalb kann ich nur jeden ermuntern. Ich möchte kein Tor sein, der das, was er eigentlich sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Ich möchte kein Tor, wenn der das, was er so... Kein dummer Mann sein. Kein dummer Mann, der das, was er sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nur für uns einzig. Und ich habe, wir haben uns gerade in der Pause kurz daran erinnert, in der Bibelstieg gibt es sogar Stellen, wo Gottes Wort sagt, der, der sei verheiratet, der soll mal so leben, als ob er keine Frau hätte. Denn mein Glück und meine Freude im Glaubensleben hängt niemals davon ab, ob ich verheiratet bin oder nicht. Denn das Glück, was er nicht behalten kann, denn das Glück, was man von mir bedeutet. Das ist ein 3ier, was mir Jesus Christus bedeutet. Und zwar tun von dem, was mir Jesus Christus bedeutet. Was ist das für die Gnade, diesem Herr zu geben dürfen? Das können wir übrigens nur auf der Erde. Das ist das für die Gnade. In Himmel gibt es das Gnade. Amen. Ein Lied noch? Ist das schon? Ist das schön? Ein Lied noch? 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 Ein Lied noch?